Vielen Dank, Ralf. Grüezi, auch von meiner Seite. Er wollte die Maske weg und präsentieren. Das ist okay, sehr schön. Ralf hat schon sehr viel vorweggenommen, was wir sind, wie wir sind, wie wir es ein bisschen funktionieren. Ich möchte zwei, drei Ergänzungen dazu beisteuern. Vorab zu meiner Person, Andi Meier, Leiter Gebäudeinformatik FHNW. Single Point of Contact zu der Firma Kirchema. Das heisst, bei mir ist die Gesamtprojektleitung, was den ganzen Umbau der AV-Anlagen bei der FHNW angeht. In diesem Sinne bin ich immer an der vordersten Front dabei, wenn es um Projektentscheid geht, wenn es um konzeptionelle Aufbauten der AV-Anlagen geht, die wir jetzt schon, zumindest in einem Proof of Concept, aufbauen konnten. Und was das in den nächsten und in den nächsten Jahren noch weitere Anlagen wird geben, an den verschiedenen Standorten der FHNW. Schnell einfach zu der FHNW ganz generell. Das ist einfach eine kleine Agenda, die ich aufgeschrieben habe. Die FHNW als solches hat vier Trägerkantone und bestät gesamthaft aus neun Hochschulen. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man die Namen schnell durchschaut, da hat natürlich jede Hochschule auch ein anderes konzept, basierend auf ihren jeweiligen Fachbereichen. Und da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede, die sich dann auch bei den AV-Anlagen unter anderem niederschlagen tun. Das merkt man sehr, sehr gut. Gesamthaft sind wir auf sechs verschiedene Standorte unterteilt, mit rund etwa 40 Gebäuden, etwa 2'000 Vollzeitmitarbeitende, ungerechnet, die für Aus- und Weiterbildung bei rund 12'000 Studierenden so beschäftigt sind. Unsere Gebäude momentan, ich habe kurz nach der Nachricht geschaut, haben eine Hauptnutzfläche von etwa 250'000 m². Das Gebäude hier, also das Gebäude 5 und 6, wo wir nachher übergehen, hat rund etwa einen Zettel dieser Hauptnutzfläche. Einfach so als Vergleichswert. Ja, ihr seht es. Genau, Gebäudeinformatik. Das ist auch immer so ein schwieriger Begriff. Was ist das? Was ist das bei der FANW? Man hat das schon mal probiert zu definieren. Einerseits sind es IT-Dienstleistungen, die nicht bei der Corporate IT angesiedelt sind. Kann man so machen. Es greift aber auch teilweise ein bisschen zu kurz. Auf der anderen Seite ist es eben auch einfach das komische Zeug, das quasi irgendwo in den Gebäuden verbaut ist, aber irgendwie nicht zu IT gehört. Aber Gebäudentechnik, wir haben beispielsweise nichts zu tun mit Heizungsanlagen, was da so angeht. Ist es auch nicht. Grundsätzlich sehen wir uns als generelle Ansprechpartner bei der FANW für die AV-Media. Ich habe das ein bisschen aufgelistet. Die ganze elektronische Zutrittskontrolle, digitale Signaletik. Wir haben gewisse Aufgabengebiete in den Bibliotheksbetrieben bei uns innerhalb der FANW. Und unser FH-Card-System, wo jeder Angehörige der FANW, das betrifft Mitarbeitende, Weiterbildungsteilnehmer, Studierende, aber auch externe Dienstleistende oder andere Empfänger, die eine sogenannte FH-Card bekommen, wo wir daraufhin verschiedene Funktionen und Dienstleistungen, wie beispielsweise unser Zahlsystem, darüber abwickeln. Ich glaube, viele Hochschulen oder Vertreter kennen das von ihren jeweiligen Betrieben. So oder so ähnlich wird das überall etwas sein, schätze ich mal einmal. Ja, es geht da schon eigentlich im richtigen AVS weiter. Ich habe rund 15 oder 16 Folien vorbereitet für den heutigen Ummittag. Das reicht, da kann ich eine Stunde lang darüber erzählen. Problemlos. Das ist aber nicht das Ziel, oder Zweck oder Ziel. Da hat Patrick Karmann schon von Anfang an gesagt, wir wollen etwas zeigen können. Wenn wir schon an der FANW sind, oder dass wir auch mal ein Hands-on-Projekt oder ein Proof of Concept demonstrieren können, wenn wir schon da sind, ist das absolut sinnvoll. Und das machen wir jetzt. In diesem Sinne auch die Präsentation wird in diesem Sinne auch so weitergeführt. Wir werden im anderen Raum sehr viele Fragen beantworten können. Also ich bin da relativ freestyle unterwegs. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt hier alle 16 Folien herunterpräsentieren werde. Das ist nicht das Ziel und Zweck. So funktioniere ich nicht. Sondern ich habe gerne einen sehr offenen und direkten Austausch mit ihren allen. jetzt, später, im Chalet. Wie auch immer, dass sich das nachher wird etablieren. Patrick, du hast mir schon eine Einladung geschickt. Wir werden das an einem Teams kurz mit meinem Laptop demonstrieren, nachdem wir im Gebäude oben sind. Wir werden einen kleinen Spaziergang machen. Von hier aus, die grossen Stegen darauf, bis in den dritten Stockkuh. Die, die nicht so gut zu Fuss sind, haben hier quasi quer dazu einen Lift, wo man mit dem dritten Stockkuh kann. Und dann laufen wir ins Gebäude 6 rüber. Es gibt auch viele interessante Sachen, die man hier vielleicht sieht. Das sind vielleicht noch weitere Fragen, die wir im Anschluss beantworten können. Oder auch heute Abend beim Nachtessen. Da bin ich relativ offen. Ja, das ist soweit mal als Einführung von meiner Seite. Ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg in diesem Fall. Und dann sehen wir uns im anderen Raum. Das Design, auch mit der Hilfe der Firma Kiel, von Ingenieuren. Weil Corona ein Fall durchgeschlagen. Bei uns haben eigentlich alle Standorte, alle Hochschulen, alle Glanzierenden haben nach hybriden Möglichkeiten geschrohen. Effektiverweise. Ich nehme an, wir sind ein Grossteil alles Techniker. Das ist manchmal nicht ganz immer so einfach, zum gerade da Händen, oder? Das braucht manchmal auch gewisse Überlegungen. Häufig, häufig, häufig hatte ich schon Telefonate von Hochschuldirektoren, gerade bei so einer Anlage, die wir hier unten gesehen haben, die jetzt auch schon ein paar Jahre auf ihrem Buckel hat. Wo wir gesagt haben, ja, ich könnte doch nicht einfach die Kamera anhängen, dann ist es gut. Was ist eigentlich das Problem, oder? Äh, eben. Ja, die haben da jetzt halbend lacht, die wissen, was sie reden, oder? Also das auch geht. So einfach ist es tatsächlich mehr. Ähm, ja, wir sind da dahinter gegangen, mit Vertretern von praktisch allen Standorten, die ihre ewig Betriebe eigentlich sehr gut kennen. Es waren technische Leute, in erster Linie mal eine, wo man auch gesagt hat, okay, was für Anforderungen haben wir jetzt? Gerade mal rein vom Präsenzunterricht her. Was kennt ihr von eurem Betrieb, was es auch zukünftig wieder geben muss? Da haben wir relativ viele Diskussionen geführt, von wegen, äh, 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 Auflösungen von der Matrix, vom Beamer, ähm, von wegen, äh, von wegen, äh, von wegen, äh, Blackscreen und so weiter. Muss es das geben? Braucht es das immer noch? Braucht es das immer nicht? Was für Anschlüsse brauchen wir? Der Rolf hat vorher gesagt, gerade 2010 ist VGA das mal verdient zu sein. Klar, man hat einfach nur einen Beamer an der Decke gehabt, eine Fernbedienung und das Kabel gut ist. Also, von dem sind wir natürlich jetzt, nicht nur die Jahrzehnte weg, kann man jetzt so sagen, sondern auch Generationen effektiverweise. Das ist einfach so. Ähm, und das ist eigentlich wirklich quasi, die, die nächste oder sogar übernächste Generation von AV-Anlagen, die wir an der FHNW so haben. Umstand, den wir unten schnell gesehen haben, kurz, spitz, ähm, hat es auch an den verschiedenen Standorten mehrere Zwischenschritte gegeben, mehrere vielleicht auch ein bisschen Eigenkreationen. Und unser Ziel ist tatsächlich unser Auftrag, vielmehr ist es auch, dass wir standardisierte Anlagen, AV-Anlagen, über alle Standorte an allen Hochschulen, die der FHNW haben. Ähm, das bedingt gewisse, äh, Flexibilisierungsmöglichkeiten, was Anschlüsse und so weiter, ähm, ähm, angeht. Es bedingt aber auch gewisse hybride Möglichkeiten, ähm, weil es Corona auch gewissermassen bedingt, insofern. Ähm, aber auch quasi eben Bedienerfreiheit, oder quasi Barrierefreiheit, für sämtliche oder für alle Nutzen, sei das Studierende, sei das Studierende, irgendwie so. Und das ist eigentlich, ja, eben, es sind einfach ein paar Anforderungen, ganz kurz und spitz, wir haben irgendwie eine Anforderungsliste von, ich glaube, weit über 100 Punkten, wenn man so richtig weiss, Ralf, oder? Ähm, und sind dann eigentlich drüber einstangen und haben angefangen, Komponenten für Komponenten zu evaluieren. Das ist von der AV-Matrix her gegangen, das ist vom Tisch her gegangen, weil es auch verschiedene Versionen gibt bei uns aktuell noch. Ähm, wir hatten Beamer-Shootouts in Basel, wo wir etwa vier verschiedene Typen nebeneinander zusammen aufgestellt haben, wo wir Qualität und Handling und Feldeigenschaft und so weiter eigentlich bewertet haben. Ähm, und eigentlich uns so für die jeweiligen Produkte nachher eigentlich gesamtheitlich entschieden haben. Es sind eigentlich immer demokratische Entscheide, insofern, wo wir da durchgeführt haben. jetzt, äh, der Olp hat eigentlich schon sehr viel über gesagt, zum Tisch und wie der funktioniert und so weiter und so fort. Ich zeige mal ein bisschen, oder ich gehe auch noch ein bisschen drauf ein. Ähm, das da ist effektiverweise eine voll ausgebaut, eine voll ausbaute Anlage. die ist nicht zwingend bei uns im Unterrichtsraum regulär so anzutreffen. Es gibt es wie, es gibt mehrere Gründe dazu. Einerseits haben wir da hinten, kommen wir noch dran auf die Chance, um etwas zu anschauen. Eine Schublade mit der Mikrofonanlage. Das braucht man in der Regel im Unterrichtsraum nicht. Also, ich nehme an, er gehört mich einigermassen gut zu machen. Mit Masken. Also, irgendwie eine Audio- Verstärkung von meiner Stimme ist in dem Sinne eigentlich relativ ähm, untypisch. Rolf hat es gesagt, wir haben hier zwei Mikrofone, also der Balkon, das Dekton-Mikrofone, zwei Kameras, die einerseits dazu die zum Weg aufnehmen. Ähm, man sieht es halbwegs in diesem Teams-Fenster drinnen. Ähm, was man jetzt eigentlich gerade für den Ausschnitt sieht. Andererseits, ähm, gibt es aber auch die Möglichkeit zum Umschalten, respektive zum quasi ähm, Plenum zu sehen. Also, euch jetzt in dem Moment nachher wo ich aber eigentlich, die Kamera nimmt das jetzt auf, wo ich aber auch immer noch quasi den Winkel verstellen kann oder anpassen. Aber ich habe einfach die Einfallsetups, wo ich entsprechend nachher wieder zurückstellen kann. Das ist eigentlich so der Punkt. Für uns ist eigentlich wichtig, dass die Anlage modular aufgebaut ist. Wir haben das gleiche Problem wie viele anderen Hochschulen auch. Wir haben Corona, nach wie vor, eigentlich schon viel zu lang. Ähm, und wir haben aber auch den Aufschrei nach Hybrid. Aber wie viel Hybrid eigentlich? Alles. Teil. Weniges. Momentan ist es auch so, dass viele Hochschulen ihre praktischen Konzepte gar noch nicht richtig auf das ausgerichtet haben oder erst parat ist. Das ist bei uns, das sehen wir als sehr starke kulturelle Frage. hat einerseits mit der Hochschule zu tun, eine Hochschule für Technik, Ingenieure sind da vielleicht ein bisschen fixer, als eine Hochschule für Gestaltung und Kunst, die wahrscheinlich mehr vor Ort machen können mit ihren Leuten. Weil es halt einfach um entsprechend gestalterische Projekte geht. Und das haben wir in diesem Sinne eigentlich berücksichtigt, dass wir modular eigentlich die Anlagen so verbauen können, ich sage es mal so, für den Präsenzunterricht. Das heisst, ohne Kamera, ohne Mikrofon. Das heisst, dass ich reinlaufen kann, kann mein Laptop oder was auch immer anhängen, sei das mit USB-C. Aber es gibt natürlich tatsächlich immer noch Geräte, die vielleicht noch nicht gerade USB-C haben, die vielleicht noch älter sind und darum ist es eigentlich die Alternative gewesen, dass wir quasi auch HDMI das Anschlusskabel haben. Das sind vielleicht auch andere Geräte, die vielleicht nicht mehr ein Laptop sind, nachher auch eine Suche einbinden. Vielleicht ist es ein älteres Tablet, die vielleicht auch mit dem Adapter auf HDMI, nachher, Apple hat dann noch gewisse Produkte im Umlauf, dass wir auch einfach möglichst grosse konnektive Träte gewährleisten können. VGA ist gestorben. Kann ich gerade so sagen. Definitiv jetzt. So. Das ist etwa das. Wir haben es. Ich kann das schnell vielleicht auf der Präsentation zeigen. Patrick, du darfst intervenieren, wenn du es nicht siehst oder irgendetwas musst du wissen, ich will es gleich noch ein Screenshare für dich. Alles klar. Bis jetzt verstand ich dich klar und deutlich. Sehr schön. Ich hoffe, du siehst auch mein Screen. Jawohl. Funktioniert. Ich habe eine kleine, wie gesagt, ihr seht da. Wir haben da eigentlich schon einfach gewisse, gewisse Sachen, die ich eigentlich da schon im Freestyle-Modus schnell erzählt habe. Also Anschlussmöglichkeiten und so weiter angeht. Ähm. was die Bedienung angeht, was für eine Steuerung da drauf läuft. Das ist eigentlich alles Crestron. Also die Matrix ist von Extron, ist in Crestron-Steuerung drauf und wird mit Crestron Fusion läuft das Monitoring. Das sind so die grundlegenden Sachen, die da drin sind. Was wir uns auch dafür entschieden haben, wir haben eigentlich alle Anfängerlagen werden nur noch über Touchscreen bedient. Wir haben noch gewisse ältere Sachen, die noch Artknöpfen haben. Im heutigen Zeitalter mit gewissen Flexibilisierungen oder einfach ist es dann schwieriger, um noch gewisse Funktionen nachher zu rösten. Und darum haben wir uns grundsätzlich für eine Touchscreen-Lösung entschieden. Einzelprojektionsräume, wie da, ist sieben Zoll. Doppelprojektionen, weil wir dort noch mit Einstellungsmöglichkeiten gerade mit Projektoren haben, ist ein Z-Zoll-Screen. Das ist ein Tick grösser, wo mir Platz bietet für entsprechende Buttons. Hybrid-Unterricht, das ist eigentlich alles Sachen, die wir eigentlich auch mit den Hochschulen zurückgegangen sind. Und da sieht man dann, ich hoffe, halbwegs vernünftig, sieht man die einzelnen Komponenten. Das ist auch nicht viel Neues, sage ich jetzt mal ein, ist für viele von euch, wo wir sicher mal eine Matrix haben, entsprechende Audio-Lösungen, DSPs und Bestärker, die Anschlussmöglichkeiten, auf die bin ich schon eingegangen, die Dockcam, die hat der Rollstück schnell und entsprechende Kameras. Da haben wir jetzt zwar nur eine visualisiert, effektiv so zwei. Einfach, dass wir die verschiedenen Blickwinkel so sauber abbilden können. Je nachdem gibt es natürlich auch optional eine Mikrofonanlage. Wenn der Raum ein bisschen grösser ist, wurde dann auch gewisse Stimmverstärkungen gebraucht. Oder je nach Größe natürlich eine oder zwei. Projektoren. Das ist eigentlich ganz kurz zu dieser Folie. Was ich eigentlich wollte, sind die verschiedenen Ausbaustuben, die wir an der DEPFA in Neuesow und Adem haben. Es geht eigentlich alles immer von dieser Anlage hier aus. Ich zeige jetzt mal eine Ausbauvariante. Nein, das ist eigentlich gedacht für vorlässige Seminare, Präsenzunterricht, ohne irgendeinen hybriden Anteil. Ich kann euch die Anlage hier vorstellen, so wie sie da ist. Ohne Kamera, ohne Mikrofon, ohne den Kontrollmonitor. Der zeigt mir eigentlich, ich könnte gerne rumlaufen und das anschauen, welche Kameraeinstellung ich jetzt gerade drin habe. Das erlaubt mir eigentlich vorweg, das hier zu korrigieren. Also es ist absolut nachher frei, um es auszuprobieren, um es anzuschauen, jetzt oder auch nachher spielt mir eigentlich keine Rolle. Da bin ich recht offen. Ausbauvariante 2, die wir so bestimmt haben, ist für den Use Case für Streaming oder Aufzeichnungen angedacht grundsätzlich. Das ist insofern für den Dosierenden, der Input liefert und die, die zu Hause sind, den Input empfangen. Das heisst, es findet keinen interaktiven Austausch von Studierenden, die da rein sind, zu Studierenden, die zu Hause sind, statt. Also rein vom didaktischen Konzept her. Das bedeutet eigentlich, dass wir wieder den Tisch haben, wieder die Anlage, aber mit einer Kamera, der dort, der den dozierenden Bereich aufnimmt, und dem Mikrofon Balken, der auch den dozierenden Bereich aufnimmt. Das Deckelmikrofon dort ist vom Use Case her angedacht, dass man auch quasi die Inputs von Studierenden aufnehmen kann oder zu den Studierenden zu Hause, oder im Zug, oder im Bus, wo auch immer zu übertragen. Das beinhaltet dann effektiv Ausbauvariante 3, das hybride Setting, gemäss dem wissenschaftlichen Ansatz ganz streng genau wie das eigentlich so ist. Da sind wir auch gewisse Begrifflichkeiten noch intern am Klären. Da hatten wir gewisse Missverständnisse in der Vergangenheit, was dann eigentlich ein hybrides Lernsetting bedeutet. Oder eben genau nicht bedeuten. Und das ist bei uns eigentlich eine Ausbauvariante. In dem Sinn, dass wir zwei Mikrofone und zwei Kameras haben. Das ist eigentlich eine umfassende Interaktion von den Studierenden und den Dozierenden unabhängig von wo sie sind. Ob vor Ort, im Raum, oder irgendwo zu Hause, unterwegs, oder einfach quasi remote, wenn wir es so sagen. Optional, da sind ganz viele Wolken unten dran. Funkmikrofon, das habe ich schon angetönt gehabt, je nach Grösse, warum. Oder halt den zweiten Deimer im Rahmen einer Doppelprojektion. Das sind so die Ausbaustufen, wo wir grundsätzlich bei uns so unterwegs sind. Ich habe extrem viel geschnorrt, Dizep. Gibt es Fragen von eurer Seite? Mir fällt auf, dass in der Ausbauvariante keine Lautsprecher gezeichnet sind. Dann auch Räume, wo gar keine Lautsprecher haben, wo man also nicht den Filmton abspielen kann, zum Beispiel. Oder irgendeine Quelle abkommt. Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich jetzt ganz, ganz elegant übergebracht. Nein, es gibt keine Räume, wo in dem Sinne keine Lautsprecher haben. Bei diesen Anlagen, wie es vielleicht historisch noch gibt, das mag durchaus sein, dass wir noch alte Anlagen haben, in gewissen alten Gebäuden, wo tatsächlich keinen Lautsprecher haben. Also ich sage es effektiv Beamer an der Decke, VGA-Anschluss, Fernbedienungen, so nachher. Das gibt es noch bei gewissen Standards. Sind wir aber in diesem Sinne auch am Eliminieren oder Ausrotten nachher. Standard ist tatsächlich, dass es Lautsprecher Anlagen gibt. auch gemäß dem Schema da. Es ist aber tatsächlich so, das haben wir lange und breit schon diskutiert, aber auch sehr gut daran erinnern, dass wir, ich sage es mal so, die vorhandenen Audiolösungen, also was Lautsprecher angeht, nach Möglichkeit weiterverwenden. Das hat sich meistens schon bewährt. Da wäre es jetzt wahrscheinlich relativ einfach, um irgendein anderes System zu installieren. Wir haben aber Gebäude, die tatsächlich Decke-Lautsprecher eingebaut haben. Also Alten ist jetzt beispielsweise so ein Fall. Die, die schon mal dort waren, kennen das. Die haben Decke-Lautsprecher und dort ist es nicht einfach so easy peasy, um einfach andere Lautsprecher zu installieren. Und dann prüfen wir bei einem Umbau von so einer Anlage auch, was ist quasi für eine Lautsprecher-Anlage vor Ort vorhanden. Dass man allenfalls einen anderen Verstärker oder so ein entsprechender einbauen tut, der Widerstand der Technik ist. Das ja, aber die Lautsprecher werden nach Möglichkeit weiterverwendet. Oder, wenn keine vorhanden sind, entsprechend dann nachertrüsten. Das ist eigentlich was das. Ist die Frage geantwortet? Ja. Danke. Was haben Sie für ein Aufzeichnungssystem drin? Wenn doch jeder in jedem Tool kommt. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Was haben Sie für ein Aufzeichnungssystem? Voll fast. Voll fast. Äh. Kann ich so nicht sagen. Der Punkt ist tatsächlich, bereits hat es Vorabschlug gesagt, definitely mit Bring Your Own Device Strategie. So, gut. Der Punkt ist der, ich meine Aufgabe, ich muss eine Anlage zur Verfügung stellen, die nicht flexibel ist. Das ist sie. Was ihr jetzt als Dozierender vielleicht dort herkommt und sagt, mit Gemeintensystemen oder mit etwas anderem aufzeichnen, ist mehr eigentlich, das ist für mich komplett gesprungen. Das könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Da gibt es gewisse Hochschulen Vorgaben machen. Da gibt es gewisse Dozierende, die sich ein Tool gewohnt sind. Und die das einfach einsetzen. Vielleicht gibt die Hochschule gar keine Vorgaben oder irgend so etwas. Da sind wir recht offen. Also, bring your own device nachher. Meine Anforderung ist einfach das. Ich lefere ein funktionierendes System. Die Bedienung und Einsatz, was da draufläuft, ist Verantwortung vom Dozierenden. Da kann ich nicht irgendwie back bring your own device, ob es das quasi im Windows-PC ist, im Mac, oder irgendein sogar mit einem Linux-System. Und ich kann nicht alles supporten. Das geht einfach gar nicht. Meine Kompetenz hat dort auf, wo der Anschluss da aufhört. Ich empfehle einfach für EFH-NW, da die EFH-NW, das zu überlegen, was ihr für das Aufnetzsystem braucht. Gesamtsabteil. Da könnt ihr ein grösses Projekt bekommen, wenn ihr das nicht regeln voranfangen. Das ist tatsächlich so. Das sind politische Fragen, die wir alle zusammen wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Die zuerst einmal müssen wir klären. Ich für meinen Teil bin schon froh, dass der politische Entscheid gebracht wurde. Wir haben ein einheitliches Anfällsystem. Podcasts und so weiter. Wie gesagt, das ist kulturell vielleicht auch noch nicht überall einheitlich durchgesetzt. Es wird sich vielleicht auch nicht bei allen Hochschulen bei uns zumindest einheitlich durchsetzen. Aus bereits schon genannten Gründen, weil es vielleicht auch nicht immer didaktisch so einfach umsetzbar ist. Hochschulen für Technik, Wirtschaft, wahrscheinlich nicht einmal so eine grosse Hürde. Hochschulen für Musik ist etwas ganz anderes. Darum ist es immer so. Es hat sich theoretisch gemacht, hat man Ausgänge auf einem extra S&P-Podcast-Rekorder einbinden. Das sind HDMI-Ausgänge an dieser Kiste. Das ist sehr mächtig. Das hat man früher für Hausaufbau ist auch finanziell mächtig. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist der Vollausbau, wie man heute den Unterrichtsraum machen kann. und die wichtigste Frage ist, aus meiner Sicht, was ist das Wichtigste für diese Hürde? Die Qualität. Was muss man mitbekommen von dem hier? Das ist key. Ton und Kompeten. Er darf nicht benachteiligt sein zu denen, die vor Ort sind. Genau. Das Allerwichtigste, dass er das nur mitgemacht hat, ist der Ton. Warum haben wir hier auch so viele finanzielle Mittel in Ton investiert. Man könnte problemlos sagen, das Mikrofon ist immer offen, das nimmt hier mehr auf. Technisch kann das Mikrofon noch mehr aufnehmen. Aber wenn jemand mit dem Kugelschreiber oder sein Mars auftut, merkt das Mikrofon das nicht, ob es jetzt da etwas sagen möchte oder ob da neben Geräusche macht. Aber der daheim merkt das. Und der wird nach zwei Stunden sagen, ja, hybrid Unterricht. Das ist das für einen Schrott. Und das ist eine der häufigsten Rückmeldungen. Man hat angefangen, mit einer Werkkern aufzustellen und zu sagen, das ist hybrid. Das funktioniert so lange gut, weil er keine Studenten im Einsatz hat. Aber das ist nicht hybrid. Das ist Fernunterricht. Fernunterricht. Der Dozent ist allein, hat seine Webcam, das Mikrofon von Webcam ist aktiv. Dann kann man das deep-top machen. Aber sobald es den Leuten haben, die Fragen stellen wollen, die Geräusche machen, wenn der Ton zu Hause nicht gut ist, dann geht man ein. Und das haben wir doch ein paar Versuche mit der Berner Fachhochschule gemacht. Sie legen dort sogar ein Kopfbügel-Mikrofon an. Und wir haben alle unterschieden, wie ist die Qualität. Und dann hat auch die Lehrzeit ganz klar, es ist keine Diskussion. Wenn der Ton nicht gut ist, dann ist das hybride Setting neu zu werden. Das Kamerabild ist das schwächste. Das geht jetzt darum, dass man sieht, dass ich nicht so viele Haare habe. Das reicht ja absolut. Aber das muss man nicht einmal wirklich eine gute Kamera haben. Hier ist die Kamera, die kann automatisch noch tracken. Das ist eine gute Kamera und wichtig ist auch der Content. Wenn ihr die Folie abfilmen wollt, dann laufen wir drauf. auf so ein Setting, wenn Patrick jetzt unten im Homeoffice das per Kamera abfilme sieht, dann könnte keine einzige Schrift lesen. Keine Kamera vor der Welt bringt das sauber hin. Wandtafeln? Wandtafeln ist relativ gut machbar zu übertragen, sofern die Schrift genug gross ist. Weil im Wandtafeln schreibe ich nicht. Das ist ja schon so, wenn man es im Unterrichtsraum gut sieht, dann muss man es der Helio gut sehen und wenn man es hier nicht lesen kann, dann kann man auch sagen, dann muss das im hybriden Setting ein Nachteil sein. Und das ist ja nicht. Das können wir dann den Weiswahlreiser einsetzen und den Schreiber nicht auf der Wandtafeln. Bei gewissen Fachrichtungen bin ich nicht dabei. Ja, es gibt durch Ausnahmter Dazierende, die dann gar ein Verwandtafeln brauchen und dann ein paar Papiere untertragen haben und dann schreiten. Aber eben, ist auch wieder eine Abhängigkeit vom didaktischen Konzept und auch ein bisschen halt kulturbehaftet. Das ist jetzt ein Klippi, wo man dann wieder Content rauslassen kann. Ja, das ist das andere. Bedingt aber auch tatsächlich wieder eine gewisse erweiterte Kompetenz vom Dazieren, dass man mit diesen technischen Mitteln umgehen kann. Ich sage es mal so, genau so wie man im Teams in der Webex ein Mikrofon umstellen kann. Und schon das ist für gewisse Dazier nie eine Hürde. Wenn man dann ein Samsung Clip oder irgendetwas anderes ins Spiel bringt, kann es dann knackig werden für die einen oder anderen. Das ist eigentlich auch das, was wir jetzt auch in den letzten Monaten sehr stark gesehen haben, dass es auch um Kompetenz erweiterte von den Dazierenden kann gehen. Die anderen sind jetzt schon zu Hause und haben Fernunterricht betrieben, mit einem Greenscreen und zwar schon semi-professionellen Ebene, die wir teilweise staunen. Und da gehen die Befähigungen oder Fähigkeiten von Dazierenden, die technische Kompetenz massiv auseinander. Wirklich massiv. Das sehen wir bei uns im täglichen Betrieb. Aber das kennt ihr alle zusammen auch, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist nichts Neues auch für euch mehr. Das ist das Wichtigste. Das ist, hier ist keine Bedienung. Dass man es kann bedienen, dass es überall gleich ist. Weil so ein Setting, das ist nie ganz einfach zu bedienen. Das hat eine sehr hohe Komplexität. Man muss am Laptop, wenn man ein Ring-Romeeting hat, muss man sagen, dass die Kamera nicht vom MacBook soll kommen, sondern die auch extern hinzugefügt wird. Man muss schon ein wenig Skills haben und die bringt man nicht weg. In jedem Raum einen Operator, der jeden Unterricht bedient. Und das ist finanziell eine gewisse Herausforderung. Aber anders wird es nicht gehen. Die Leute müssen das wollen. Sie müssen sich labbefeigen. Aber wenn es auch dagegen wäre, wird es auch schwierig, hybride Settings durchzubringen. Ganz selbsterklärend, ganz plug-and-play sind sie nie. Und darum ist auch die Bedienung überall gleich. Das ist selbst im Touchpanel. Man kann viel machen. Und von viel machen her tun wir eine gewisse Komplexität. Was ist der Grund vom Mix von Xtrol und Questrol? Ja, das ist der Grund, dass man viele Standorte hat, die gewisse Meinungen haben. Und man bei jedem Gerät technisch hat alles gegenübergestellt. Und dann hat die Demokratie aber auch technisch spielt eine Rolle. der Hauptvorteil war, dass man einen fixen Bildrechter auf dem Ausgang hatte. Das bringt Textrom mit. Und bei der Bedienung her hat die Crestrom Fusion schon im Einsatz als Monitoring-Tool. Auf jedem Raum kann man zentral monitoren, mit Betriebsstunden auslesen. Man kann auch eingreifen, fernwärtsladen. Das ist der Grund. Aber technisch brennt sie ziemlich sekundär. Es gibt so drei, vier große Hersteller. Das ist AMX Crestron, Nextron und vielleicht noch Lightware, die in der Liga mitspielen. Und dort kann man sagen, was draufsteht, ist für einen Nutzer eigentlich egal. Ich bin nicht sicher, wie es vorher richtig verstanden hat. Du hast gerade gesagt, das Mikrofon ist nicht aktiv, wenn vorne geredet wird. Also die Lobes ... Man könnte es abstellen, wenn man möchte. Genau. Kann man so entsprechen? Ja, standardmässig ist schon offen, oder? Es ist standardmässig eingeschaltet. Das ist ja so. Also man sieht es auch adioteknisch. Wir haben auch das Farbkonzept gut. Es neuchtet jetzt blau, man kann es schnell ausschalten, einfach zum demonstrieren. Das da. Jetzt ist es ausgeschaltet. Dann wird es orange. Das haben wir eigentlich von der Farbgebung her konsequent so umgesetzt, dass es auch eine Hilfestellung ist einsatz für die Dozierenden, aber auch für die Studierenden, um zu beurteilen, oder nicht. Denn da ist auch alles blau. Es läuft in diesem Sinne. Oder Perspektive. Wenn es eben nicht läuft, ist es dann orange. Wenn es kaputt ist, rot. wenn es zu ruhig wäre, da und einfach zu viele neben Geräusche würden reinkommen, dann hätte der Dozent in jedem Raum Möglichkeit das ausgeschaltet. Das ist tatsächlich das ist tatsächlich das ist tatsächlich das ist eben schon so, oder? Es geht auch wieder in die technische Kompetenz sein, oder? Der Person, die die Anlage bedient, oder? Ist irgendwo auch eine Art und Schwierigkeit. Oder vor allem, man muss sich das vorstellen, wir sind 30 Leute da drin, die einen tippen, die anderen schreiben irgendetwas, und es knistert, und einen spielt einen Kugelschreiber. Das können die von zuhause mit, oder? Vor allem, wenn wir gerade unter dem Mikrofon sitzen. Also da muss man natürlich schon auch aktiv eingreifen, als Dozierender, dass man die Mikrofone bedient. Und Ralf hat es bereits sehr gut gesagt, eine weitere Anschlussmöglichkeiten da, oder? Wenn ein Dozierer natürlich sagt, hey, weisst du was, ich habe jetzt eine Lektion, oder vielleicht zwei, einfach quasi Präsentation, reinen Input, also keine Diskussion oder Austausch, oder irgendeine Schöpfung nachher, hat auch ein Dozierer die Möglichkeit, eigentlich ein eigenes Headset. Wir haben dann separat einen USB-Anschluss mitbringen können, und das eigentlich ähnlich wie ich oder Ralf jetzt quasi mit dem Headset zu unterrichten nachher, oder was, ich sage, die Qualität wahrscheinlich steigert, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wenn es nicht irgendwie ein 5-Franc-Kösch das Galiexpress hat, sollte, ist aber irgendwie so etwas nachher. Ja. Und wichtig ist schon, der muss es ausschalten, aber die Leute, hey, wenn sie nicht einen guten Ton haben, können sie so, die können ja hier im Raum reden, die können sagen, könntet ihr das Publikum, oder könntet ihr Studenten muten, und wenn sich die dafür haben, das zu sagen, muss man davon ausgehen, bevor sie vielleicht aus dem Meeting gehen, können sie auch sagen, Entschuldigung, die schalten es aus. Wenn der Dozent wirklich ein Monolog, macht, dann muss man das Publikum nicht aktiviert haben. Das ist ja so. Und weil sie sich eigentlich vergisst, zu aktivieren, ist genau so, dass ich sage, ich habe gar nicht verstanden. Es ist schwierig, aber wenn ich alle in meinem Kopf habe, was eben genau zu dem Fall, dass wir es in einem Workshop haben, sehr viele Nebengrüsse, und ich kann sagen, die zu Hause bekommen wir nicht mehr mit. Mit dem Array haben wir gute Erfahrungen gemacht, was ist da der Bereich, was jetzt konkret auch in diesem Raum, wo das gut funktioniert? Wir haben eigentlich mehrere Experimente mitgemacht, wo man eigentlich muss sagen, okay, wenn ich jetzt doziere, da vorne steht, Patrick, ich möchte das ehrlichste austesten. Hörst du mich noch Patrick? Immer noch klar und deutlich. Also gut, ich habe jetzt mal das Deckmikrofon ausgeschaltet. Ich erzähle jetzt mal einmal etwas, vielleicht sehen wir es nachher noch im Aufnahmebereich hin, wo ich einfach weiter, 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 weiter weglaufe. Und das wird mir eigentlich zu langer da vorne, oder man kann auch irgendetwas streiten, und der ist eigentlich noch verhältnismässig gut. Sag jetzt mal Patrick, hörst du mich noch? Ja, ich muss ehrlich sagen, man merkt eigentlich fast keinen Unterschied. Okay, ich wäre nicht ganz da hinten gegangen, aber ich kann mich einladen, wo noch irgendetwas zwischensteht, wird es langsam etwas schwierig. Ja, jetzt wird es kritisch, also entweder habe ich jetzt schlechtes Internet, oder die Überdragung Es ist super, das ist super, das Ding. Ist die Frage beantwortet, oder? Ja. Ja. Ähm, wenn ich daheim noch bin, ich denke, er entscheidet, vielleicht einmal abnehmen. Ja. 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 Ich sage es mal so, aus meiner Persönlichkeit, schön wäre es. Es ist effektiv nicht so. Als Decke-Michael kannst du es wieder einschalten. Danke, wollte ich gerade sagen. Ich habe fast nichts verstanden. Hast du es sinngemäss mitbekommen, oder? Ja, ich habe es sinngemäss, aber es war ein bisschen abgehackt. Tipptopp. Okay, gut. Sehr schön. Ähm, Recht und natürlich all die ganzen juristischen Fragen, die natürlich mit dem Personenschutz, Datenschutz, Recht am eigenen Bild und meine Fachbegriffe alles. Ich bin persönlich kein Jurist, aber es gibt innerhalb der Hochschule 2025, wie das bei uns die strategischen Tipp, es gibt Teilprojektrechte, die eigentlich sehr, sehr genau vorschreibt, unter welchen Bedingungen oder welche Voraussetzungen juristisch gesehen muss erfüllt sein, dass man als Dozierende quasi einen hybriden Unterricht in diesem Sinne abhalten darf. Das ist auch etwas, was sehr anspruchsvoll ist. Zumindest in der Schweiz muss man ganz klar so sagen, wir sind relativ streng unterwegs, das Land. Ähm, und es ist tatsächlich so geschrieben, dass der Dozierende, die Person, die doziert, dass sie der Verantwortung ist, dass man quasi die Einwilligung von den Leuten, die im Raum teilnehmen, einholen tut. Jetzt ist natürlich die Frage, das sind jetzt so Fragen, die jetzt auch in den jeweiligen Hochschulen separat diskutiert werden. Quasi, halten wir die Einwilligung schon wie der Studierende am Anfang, wenn das Studium eintritt, dass man es einfach pauschal abholt, oder ob man das organisatorisch zurecht, dass man die Einzelne dozieren muss, das muss abhallen. Das ist mehr eine politische Frage, die jede Hochschule zu sich selber diskutieren und das dann auch operativ umsetzen muss. Und sie sind daran verpflichtet, so einfach ist es, oder? Aber grundsätzlich ist das sehr, sehr streng geregelt. Einfach auch, dass wir nicht mit unserer Schweizer Gesetzgebung in Konflikt kommen. Das ist nicht einfach eine eigene Policy und passt dann schon. Der Rolf hat eigentlich eingangs eigentlich auch schon quasi, wir machen Bilder, wir machen Aufnahmen, ist es für alle okay. So ähnlich wird es aber alles funktionieren. Ganz effektiv. Ich frage die Antwort. Das ganze Setting klingt jetzt danach, als wenn das stark auf Frontalunterricht ausgerichtet ist. Also Frontalunterricht kann ich mir prima vorstellen. Das sind ja prima und auch Referate oder sowas. Aber wie handelt ihr das, wenn Gruppenunterricht ist, wenn die 30 Studis in Fünfergruppen eingeteilt werden, die dann Gruppenunterricht machen sollen? Wie? Ich meine, es ist ein systematisches Problem an und für sich. Aber habt ihr da Lösungsvorschläge oder andere oder wie habt ihr euch gedacht? Es ist ein didaktisches Problem effektiv in dem Sinne, was das angeht. Wird von Hochschul zu Hochschul auch jeweils anders gelöst, muss man ganz so sagen. Wir haben auch gesehen, in der Projektgruppe Hochschulentwicklung, in der ich dabei bin, dass gemäss gerade für Setzungssachen natürlich, hybride Settings, ich sage technisch nicht einmal so wahnsinnig, aber auch organisatorisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll sind. Also das heisst, wenn man jetzt natürlich da, ich sage jetzt drei, vier Gruppen hat mit Gruppenarten und zu Hause noch 15 Personen, wo jeder noch eins irgendwie, ich sage vier Gruppen nachher bildet, die können sich zu Hause selber in einem Raum hin treffen, virtuell, um ihre Aufgaben so erfüllen und auch da rein nachher präsentieren. Das ist in dem Sinne nicht so ein wahnsinniges Problem. Aber wenn man da rein vier Gruppen hat und da nachher einen Austausch mit entsprechenden Mikrofonen hat man gewisse Handmikrofone natürlich, die man so machen kann, die Gruppen nachher stellen. Aber man muss alles einfach auch organisieren, um das mit den didaktischen Konzepten nachher verfestigen. Das ist, kann gewisse Grenzen aufwerfen, was natürlich die Didaktik angeht und die Lernungen effektiv vermitteln. Aber ich bin kein Didaktiker nachher. Wir sind da im regen Austausch, was es nachher für Anforderungen hat und wie man es eventuell technisch lösen kann. Wir haben auch schon gesehen, dass gewisse Mikrovorlesungen einfach technische Grenzen gesetzt sind. Dass man es einfach nicht praktikabel umsetzen kann. Und mit dem muss man dann auch in genug leben können. Das ist eigentlich ein Problem. Am Schluss kochen alle mit Wasser. Man sieht es ja auch wieder. Die Kollaboration ist nachher so, dass Sie noch zwei Touchmonitoren in kleineren Gruppen nehmen. Das könnte jetzt sein, dass man hier im eigenen Workshop-Raum ist und vielleicht auch in Team-Session kommt. Aber das Erlebnis ist schon nicht ganz das gleiche. Es gibt auch Microsoft-LiPod-Applikationen. Und der zuhause, sobald es wirklich sehr intensiv kollaboriert wird, ist irgendein Nachteil. Da kann man technisch noch alles bringen. Er ist schon immer ein bisschen spät. Das sehen wir auch, wenn wir eine Geschäftsleitungs-Sitzung haben und einer ist zuhause, der ist zuhause, der ist zuhause, der verliert immer. Das haben wir mittlerweile entschieden. Bei mir ist ein Sekundenbruchteil verzögert und immer schon ein Sekundenbruchteil verzögert. Aber es reicht, dass man diese Diskussionen durch den Start nicht findet. Weil der hat den anderen. Und man muss immer warten, ja, ist fertig, dann gehe ich rein und der ist schon wieder vor Ort vom anderen vor Ort. Und das sind Themen, die Latenz, die sehr klein ist, aber die existiert. Und gerade in diesen Arbeitsworkshops macht man dann besser, dass alle hybride dabei sind oder dass alle vor Ort dabei sind. Ich habe noch eine Frage zur Präsentationsmöglichkeit. Gerade wenn wir von Gruppenarbeiten reden, dass zum Beispiel eine Gruppe ihre Arbeit jetzt vorbei mir bringt. Ich sehe nichts von ClickShare-System wie euch, auch mal in diesen drei Varianten. Oder gibt es Räume, die das auch noch dazu als Beispiel? In Seminarräumen gibt es das nicht. Heute. Und zwar, wir haben tatsächlich mal Möglichkeiten angeschaut. Das war noch sehr am Anfang letztes Jahr, wo wir die vorhandenen Möglichkeiten, oder was zumindest der Merck dazumal hergegeben hat, tatsächlich mal angeschaut haben. Die technischen Lösungen von dazumals haben uns nicht überzogen. Das hat mehrere Gründe gehabt. Einerseits haben, wie soll ich sagen, eine Lösung war, ich weiss gar nicht, wie das Produkt heissen hat. Der hat beispielsweise den Präsentationsmodus auch andere Sachen. Das sind wirklich so Grafik-Sachen, wie Windows und Clickshare usw. Und dann gibt es natürlich, in gewissen Sitzungsräumen haben wir das Clickshare-System. Aber dort haben wir immer wieder ein Problem mit den Funkfrequenzen, wo wir uns vergegenwärtigen müssen. Das jetzt gerade im 2,4 GHz und im 5 GHz Bereich ist einfach WLAN. Also, bei uns ist es so, wir haben es natürlich streng geregelt, dass im 5 GHz Bereich sind gewisse Kanäle frei. 2,4 GHz ist voll. Also, sobald Clickshare 2,4 GHz abschreiben, schau mal nicht an. Punktfertig. Und dann wird die Auswahl dann schon langsam, langsam, irgendwo, auf eine Art und Weise eng nachher. Eben, wenn dann noch irgendjemand sagt, hey, aber weisst du was, irgendein Präsentationsmodus, Powerpoint, muss im Fall noch liegen und so nachher. Also, wir haben jetzt, letztes Jahr haben wir keine technische Lösung gefunden, die wir so breit in das Seminar haben können einsetzen, zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, okay, Dozierend XY, kommen Sie her, hängt das USB-C an, an der HDMI, halt Sie die Präsentation. Technisch gesehen hat die Systemmöglichkeit, wireless-presentationssystem einzubinden. Hier ist mehr der Betriebsgedanke gewesen, dass wir keine Lösungen gefunden haben, die für alle 100% gestanden haben. Es gibt Clickshare-Fans, es gibt Mercer-Sourcespot-Fans, das ist von den Funktionalitäten, alles wireless-presentations und Death-Tiles macht das da aus. Bei Clickshare gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben keine eigenen WLAN-Channel macht, sondern dass man über die bestehende wireless-Infrastruktur nachfahren darf. Das ist technisch möglich. Das ist, der Irgendeinste ist dann nachher auch so, manchmal gibt es noch bring-you-roll-device, noch ein drahtloses Device, ohne USB-Done anschliessen, und manchmal gibt es ganz viele Punkte oder Ausschlag, dass es eben nicht Clickshare ist, sondern immersive oder noch so anderes System. Dort gibt es auch kein bestes wireless-presentationssystem. Technisch gesehen hat man hier noch Eingänge-Reserven, das kann man auch zum Beispiel stellen. Ganz sicher, ja.